Für wen hast du den Song geschrieben? Sie ist fort. Sie ist tot? Nein, sie ist nicht tot. Sie ist fort. Mein Vater hat früher im Orchester gespielt, in meiner Heimat. Willst du vielleicht was unternehmen? Bleibst du noch hier? Ich muss jetzt gehen. Bleib doch heute Nacht. Ich hab Verpflichtungen. Ich hab gestern mit meinem Mann telefoniert. Er kommt hierher. Wir versuchen's nochmal. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Was heißt auf tschechisch? Liebst du ihn? Miluyesha? Und? Miluyesha? Milu, ich tebe. So, if you ever want something, and you call, call, then I'll come run in. And? I'll come run in. Vielen Dank.